Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu YouTubers Live. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. 7. Juli? Ist nicht der Deutsch-Patch draußen? Ich glaube, ich habe es noch nicht umgestellt. Egal. Eigentlich müsste ja Juli stehen, oder? Also, hier ist, glaube ich, der Deutsch-Patch eigentlich draußen. Egal, ähm, wir haben eine Mission. Ich wollte gucken, hatte ich die Computer jetzt schon komplett ausgerüstet? Ich weiß es nicht mehr. Äh, wir haben auf jeden Fall die Mission, dass wir die Millionen Abonnenten knacken. Und mir ist aufgefallen, vielleicht sollte ich mal ein wenig einkaufen. Wird, glaube ich, mal Zeit, oder? Und zwar einfach mal hier alles kaufen, was es so... Wow. Was es so gibt... Oh Gott, das war laut. Dö-dün-dün. Dö-dün-dün-dün-dö-dün. Gut, wir können mal fünf Sachen in den Warenkorb packen, wie es aussieht. Einfach mal alles kaufen, damit wir hier mal ein bisschen... Ja... Damit das hier mal ein bisschen schicker aussieht. Und... Vielleicht bringt das ja irgendwas. Ich hab einfach null Ahnung. Ich hab mir einfach mal so gedacht. Ja, komm. Warum denn nicht? Das Auspacken wird gleich schön werden. Dann sollten wir gleich ein, ähm... Mitarbeiter sagen, dass er ein neues Video hochladen soll. Denn... Das wär schon gar nicht mal so schlecht. Wir wollen ja trotzdem unsere Videos nicht vernachlässigen, ne? Ja... Ja... Habe ich irgendwas zu erzählen? Nein, eigentlich nicht. Es ist morgens. Es ist morgens... Zehn vor sieben. Und ich krieg heute Zeugnisse. Ja, ich krieg heute... Also wir kriegen heute Zeugnisse. Und... Ja gut, wie mein Zeugnis aussieht, das weiß ich schon. Also von daher... Das ist einfach mal kompletter Bullshit. Liegt aber auch daran, dass ich mich in... Ja... Das ist halt von Anfang an... Dass ich schon seit... Beginn der Oberstufe... Eigentlich, äh... Gemerkt hab, das wird nichts. Ich sollte lieber aufhören. Alter, wie viel haben wir hier denn zu kaufen? Äh... Und... Ja, seit... Dann... Ein paar Wochen... Oder so... Zwei Monate... Drei Monate... Mach ich halt auch einfach mal... So gefühlt... Nichts mehr für die Schule. Nicht nur gefühlt eigentlich, wirklich gar nichts mehr. Und... Mein Zeugnis ist einfach so... Kompletter Bullshit. Aber zu meiner Verteidigung... Ich hätte es auch nicht unbedingt besser machen können. Denn ich hab auch einfach mal... Ich bin total nicht mehr hinterher gekommen. Mit dem Stoff, den wir... In der Schule durchgenommen haben. Ich mach das mal eben raus. Ich hab nämlich grad gemerkt, dass der Computer hier... Abkackt. Reparieren. Gut, mach ein neues Video. Was für ein Spiel haben wir denn noch? Wir haben noch das hier. Okay, mach mal ein Gameplay dazu. Ja, meinetwegen auf Arbeitsplatz 1... Achso... Meinetwegen auf Arbeitsplatz 1... Ja, erstes Gameplay... Und wo ist hier jetzt der andere? Du machst bitte auch ein Video. Und zwar auch ein Gameplay dazu. Auf... Ja, Arbeitsplatz 2. Aber das ist Gameplay 2. Und wir... Packen mal eben unsere Sachen aus. Ich kann mal kurz hochgehen. Wir haben noch zwei neue Karten. Wütende Kritik. Erste Copyright, die will ich nicht. Ich glaub, die wütende Kritik ist eigentlich ganz angebracht, ja. Und noch eine Karte. Äh, beiläufige Kritik. Ja, klingt gut. Und noch eine? Äh, ja, nehmen wir den egoistischen Kommentar. Ich will die Copyright Strikes noch nicht haben. Achso, ich wollte hochgehen, ne? Haben wir noch eine Karte? Alter, achso. Ja, nehmen wir das. Ausdruck eines anderen YouTube-Videos. Geh nach oben! Geh nach oben! Ja, ich weiß, dass wir mehr hochladen sollten. Da bin ich grad bei, ne? Haben wir die grad alle freigeschaltet? Echt? Wow. Geh mal eine Runde schlafen. Danach gehst du noch eine Runde essen. Ach, ja. Ja, was ist das Ziel dieses Parts hier? Oh, verdammt, wir haben 11.000 Abonnenten schon verloren. Scheiße! Ja, das Ziel dieses Parts sind auf jeden Fall die eine Million. Und wie viel müssen wir zahlen? 3.000! Ja gut, okay. Ich sollte mehr Videos machen. Ich soll definitiv mehr Videos machen. Sie ist fertig mit dem Video. Zeig mal das Ergebnis. Ja, ist okay. Ja, nice. Und die Nachbearbeitung ist aber echt Bullshit. Aber du legst es mal wieder hoch. Gut, du, ähm... Setz mal deinen Kurs fort. So lange. Jim, 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 Jim. Du kannst eigentlich sogar gleich sofort ein neues Video machen. Noch ein Gameplay. Aber eine Arbeitsplatte 3, weil Arbeitsplatz 1 hier eigentlich grad belegt sein dürfte. Ach, ja. Wie, wie haben wir denn eingekauft? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine Menge. Eine Menge. Sind wir in einem Netzwerk? Wir sind in einem Netzwerk, oder? Moment. Ich zeige das Ergebnis. Ja, ist okay. Die Nachbearbeitung ist gar nicht mal so schlecht bei ihm. Wir bewerben... Können wir nicht. Wir haben kein Geld. Stimmt, ja, verdammt, okay. Dann, äh, bewerben wir das Video nicht. Und du machst gleich mal ein neues Video. Und zwar würde ich sagen, auch noch ein Gameplay. An Arbeitsplatz 1. Das ist das vierte, ne? Ja, das dürfte das vierte sein. Okay. Dum, 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 dum. Sieht sich schon mal gleich ein bisschen ordentlich. Aus, ne? Finde ich. So langsam wird die Wohnung. So langsam wird sie. Definitiv. Ähm. Ja. Gut, wir sind schon bei der Hälfte des Dings angekommen. Des Lernens, des Kurses. Und, äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's vergessen. Hm, damn. Ähm. Naja, während ihr das Video seht hier, werde ich wahrscheinlich gerade am Livestream sein. Wenn der Livestream nicht schon vorbei ist. Aber ich denke nicht. Ich denke, der ist da noch nicht vorbei. Ähm. Oh, mein Mann, Knut. Ich hätte, äh, was essen sollen. Aber ja. Ich bin wahrscheinlich gerade noch am Stream. Ich hab mir, ähm. Ich hab zwei neue Spiele zum Stream. Ziemlich cool. Beziehungsweise zwei neue nicht mal, ähm. Mirror's Edge hätte ich mir so überlegt. Zum Streamen. Da, ja, Mirror's Edge ist eigentlich ziemlich geil. Macht ziemlich Spaß auf jeden Fall. Und als zweites Spiel noch Randall's Monday. Ist ein Point-and-Click-Adventure. Und ich liebe einfach Point-and-Clicks und alles, was Daedalic macht. Das ist einfach göttlicher Shit. Deswegen dachte ich mir so, ja, komm. Ist gerade im Angebot. Und gebe ich lieber jetzt sechs Euro aus, als irgendwie demnächst mal 25 für das Spiel. Wenn es doch 25 Euro kostet. Ich weiß es nicht genau. Und, ja. Deswegen. Gut, dann würde ich sagen. Du machst nochmal ein Video. Und zwar ein Gameplay zu dem Spiel. Dann haben wir fünf Gameplays. An Arbeitsplatz 1 meinetwegen. Richtig. Fortsetzen. Gameplay 5. Genau. Und. Es geht, dass Gerüchte geht. Äh. Verweigern. Äh. Es geht, dass Gerüchte geht. Ja. Mhm. Gutes Deutsch. Gutes Deutsch. Okay. Du machst mal eine Review. An Arbeitsplatz 2. Haben wir alles richtig ausgewählt? Ja. Warte. Haben wir beim Review vielleicht eine bessere Sound? Nein. Ist immer noch Mono. Das Beste. Okay. Ähm. Ja. Ich liebe The Delic. Was die machen. Das ist einfach so göttlich. Und Point and Clicks liebe ich natürlich auch. Und dadurch habe ich zwei neue. Vielleicht zwei neue Live Let's Plays. Auf jeden Fall Randalls Monday. Er ist auf jeden Fall ein neues Live Let's Play. Was ich machen werde. Und. Ich weiß ja noch nicht, ob ihr das auf YouTube hochladen werdet. Könnt ihr mir ja mal sagen. Hier gerne unter die Kommentare schreiben. Ob ihr Mirror's Edge auch sehen wollt. Aber. Wir haben die eine Million Abonnenten geknackt, Leute. Wir haben. Die eine Million Abonnenten. Äh. Auf keinen Fall. Wir haben einen neuen Punkt. Nice. Und das Scripting. Wir sollten die Nachbearbeitung mal ein bisschen pushen, oder? Äh. Und irgendwas. Ich wollte das hier, glaube ich. Ein Doodle. Ja. Doodle oder Casual. Na. Machen wir mal. Casual. Singende Kritik. Okay. Okay. Das Lied hoch. Dann. Ich würde mal einen Kurs bitte machen. Und zwar brauchen wir unbedingt. Ah. Wir haben kein Geld. Noch nicht. Das kommt gleich, glaube ich, alles an. Aber wir könnten jetzt erst mal. Ähm. Hier. Netzwerke. beitreten. Endlich war ich Mitglied des Nummer 1 Netzwerkes. Meine Herausforderung war es, der beste YouTuber der Welt zu werden. Mit der Unterstützung des Netzwerkes und meinen Mitarbeitern war der Erfolg die einzige Option. Aber damit ich es schaffen konnte, brauchte ich mehr Leute in meinem Team. Ah, wir können umziehen wieder, wie es aussieht Aber das will ich noch gar nicht Ähm, ey Zeig mir dein Ergebnis, bitte, danke Ist gar nicht mal so gut Laden wir trotzdem noch hoch Öffnen Wie viel haben wir denn hier, ey? Äh, ich will wieder nach oben gehen Ich wollte eigentlich meinen Kurs machen, aber okay Nice Ergebnis anzeigen Danke Äh, jeder lebt heutzutage Wenn es weiter geht, wird meine Großmutter und YouTuberin Ja, wie auch immer Was? Oh, verdammt Ich hätte nicht so arrogant wirken sollen Damn Äh, ich möchte bitte noch einen Kurs machen Und zwar, irgendeinen der Oh Ja, da macht die Was bringt denn hier? Achso, Computerwissen Aber kann ich mein Computer selbst reparieren, ne? Brauche ich aber nicht Ich mache mal den Kurs Dauert zwar fünf Tage, aber Egal So, sie hat das Review fertig, nice Die Review Das Review, weiß ich nicht Ist auch egal Hochladen Öffnen Dann sollten wir gleich mal ein neues Spiel kaufen Warte mal, wir pausieren mal kurz unseren Äh Nein, geh einkaufen Nein, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht Ich will erstmal kurz meine Spiele wählen Und den ganzen Schmarrn verkaufen, den wir nicht mehr brauchen Das hier Das hier Äh, das hier verkaufen wir auch nochmal Und das letzte Spiel hier verkaufen wir auch nochmal So, dann würde ich sagen, einkaufen BC Worlds Obwohl Erstmal alle Konsolen Denn die beiden will ich auch noch gerne haben Dann würde ich mir noch ein besseres Handy holen Obwohl Nein, das machen wir jetzt nicht, denn wir haben kaum noch Geld Beziehungsweise wir haben momentan nicht viel Geld Äh, Amazing on, bitte Ähm Welchen haben wir den 17. Juli? Tü-dün 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 M-m-m Wir haben nicht mehr Das ist 7. Juli Ja, komm Müssen wir nehmen Müssen wir nehmen Dann setz dich mal bitte mal Warte, was? Abbrechen Kursfortsetzen Ah Runde schlafen Runde, äh, eine Runde essen Jetzt dauert es erst, ob es das Spiel überhaupt ankommt Alter, wie viel Wie, wie lange klicke ich jetzt schon die ganzen Sachen an? Oh, Mann Hast du gar nicht mal so gut angekommen Aber die Review kommt ganz gut an Äh, eine Pizza bitte Das reicht Danach kannst du den Kurs mal fortsetzen Okay, das dauert noch ein bisschen, glaube ich Bis das Spiel ankommt Kann sich nur noch um Stunden handeln Nice, es ist da Gut Dann machst du bitte eine Mach ein Video Das ist das neue Spiel Naja, genau Eine Preview An, ja Rechner 1, meine Wegen Genau Du machst ein Video Ein Gameplay An Rechner 2 Okay, gut Okay Haben wir irgendwie Keine Veranstaltungen Nichts Das Ding ist Wir müssen halt Die Voraussetzungen des Netzwerkes erfüllen Und das sind Ich glaube Ein paar Product Placements Und noch irgendwas Gut Äh, haben wir noch mal neue Rechner Oder so Noch was Neues Nein Haben wir nicht Okay Dann würde ich sagen Konsolen Handy Zack Kaufen 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 So Nur das wollte ich erstmal haben Und dann gehen wir an den Rechner Weil das ist ja rechter 3 Da kaufen wir unsere weiteren Sachen Weil jetzt können wir auch, glaube ich Selfies machen oder so Wenn ich mich nicht mehr Äh, wenn ich mich nicht irre Eine neue Konsole angekündigt Das neue Gerät ist da Von jetzt an Ja, genau Jetzt kann ich nämlich ein Selfie machen Yeah Kann ich mich auch drehen oder so? Ah Ja In Germany Ja, komm Wollen wir hochladen Äh, ich wollte einkaufen Du hast das Video fertig Zeige das Ergebnis Ja, ist okay Ist okay Ja, Netzwerk angeboten Muss ich hingehen Äh, Review to the Atomic Ah, okay Wir brauchen die Play Studios 2 3 Heini Play Studios Kaufen Ja, kaufen wir das auch nochmal Öffnen Eine Review war das, ne? Ja, genau Dann machst du mal bitte Dazu eine Review Äh, Review Scheiße Bis zu wann? 31. Juli Okay Wir müssen auf das Wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren Gameplay An Arbeitsplatz 1 Ja, gut Zeige das Ergebnis Ist okay Mache ein Video Ein Gameplay Auf Arbeitsplatz 2 Auf Arbeitsplatz 2 Äh, und wir Machen auch nochmal ein Gameplay Auf Arbeitsplatz 3 Richtig Verdammt, jetzt heißen die Gameplays alle 1 Scheiße Egal Egal Äh, wir haben Äh, wir haben noch die Z-Box Nice Dödem Dödem Okay, wir müssen warten Dann, äh, schlafen wir noch ne Runde Dann essen wir noch ne Runde Okay Okay, der erste ist fertig Nice Oder die erste ist fertig Mh, mh Hotdog essen Können wir uns nochmal hier ein paar Karten angucken Äh Wütend bräuchten wir nochmal ne Ernste Begrüßung Nehmen wir das Slack gerade ein bisschen Ähm Hier haben wir glaube ich ja alle verschiedenen Haben wir hier Viel zu oft wütend würde ich eigentlich meinen Kurzer Kommentar weg Und dann machen wir das mit rein Hier haben wir auch alles Ja Okay, nice Sie ist fertig Zeige das Ergebnis Ist okay Äh, dann machen wir jetzt unser Video Und danach muss sie sofort ne Review machen Würde ich sagen Äh, wir nehmen Äh, nachher das Spiel Eine lustige Begrüßung Ja toll Und jetzt haben wir hier keine Auswahlmöglichkeit Keine perfekte Nehmen wir das Feierlicher Schrei Passt Hier haben wir noch nichts Das heißt, wir können uns hier so gesehen was aussuchen, ne? Wir bräuchten das ein bisschen Ah, verdammt, das hat so viele Punkte gekostet Shit Das kostet auch so viel Oh lol, okay Ja Ja, das wird keine gute Kein gutes Video Im Endeffekt Bin fertig Scheiße Du bist fertig Zeige das Ergebnis Nice Kann ich ihr Ich kann ihr noch nicht befehlen, dass ich ein Video machen soll Doch kann ich Alter 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 Wieso kann ich hier kein Okay Lol Hat sich schon zu viele gemacht Ich kann, wieso kann ich Ne, hä Okay Dann machen wir erst mal unseres fertig Zack Oh shit Wird das ein scheiß Video Es wird eine relativ gute Nachbearbeitung bekommen, okay? Scheiße, Alter Ist das ein Drecksvideo Nehmen wir das Machen wir davon noch ein bisschen Sagen das Rendern Hochladen Kannst du jetzt bitte Neues Ja, bitte Danke Dann machst du jetzt nämlich eine Review davon Ja Review Und wir können Ähm Einkaufen gehen Das wird warten bis das Video Achso, ja, okay Ich werde die Bedingungen des Netzwerks niemals erfüllen Niemals Wir haben jetzt Ein Product Placement bald gemacht Scheiße Das ist nicht gut Einkaufen Davon haben wir noch nichts Neues Nein Oh, verdammt Ich könnte mal den Part beenden Gleich Mach ich auch gleich Ähm Aber Ich will noch mal Die restlichen Sachen einkaufen Okay Zack 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 Und das Einkaufswagen nach 5 Sachen schon voll ist Das ist unglaublich Aber wir haben es ja gleich geschafft Äh, wie viel muss ich zahlen? 3500 Okay, darauf achte ich Darauf werde ich achten Definitiv Sie ist fertig mit der Review Ah, wir haben noch ein paar Tage Zeit 5 Tage In den 5 Tagen kann ich nochmal kurz einkaufen gehen CD-Regal wird bald Oder hat das Lager verlassen Ja, danke Für die Info Ja, das ist Okay Wir haben gleich alles Es fehlen noch 3 Sachen gleich Die kriegen wir doch alle hin Das Review von ihr werde ich auch mal bewerben Würde ich sagen Zack 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 Kaufen Danke Zack Bitte einmal das Video zeigen Oh, nice Hochladen Netzwerkangebot Gameplay zu dem Bananas-Dings Klar machen wir Shit, Alter Bis zum 1. August Was? Scheiß die Wand an Da muss ich mich jetzt mit dem Auspacken beeilen Alter Kacke Kacke Nein, bleib oben Schlafen Shit Aber wir haben das Review gemacht Aber das wird uns wahrscheinlich erst am 31. Juli Bescheid gegeben Mann, kacke Ob wir das bis dahin schaffen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß, ich könnte den Part planen, aber ich will grad nicht Ich will grad nicht Ich will seit eine halbe Stunde Part ist ja okay Ich meine, euch stört das ja herzlich wenig, wenn ich längere Videos mache wahrscheinlich, ne? Also von daher Und Geld kriegen wir auch schön, das ist nice Mann, kacke Verdammt Ich wollte ihr Video bewerben, ne? Hier Hashtag Hochladen Oh man Ich glaub, das schaffen wir nicht bis zum Richt... Ne, das schaffen wir niemals Niemals Wir haben noch drei Tage Und ich glaub, das Spiel kommt jetzt so schnell nicht wieder... äh, nicht an Ich passe, sorry Ne Das wird kein Product Placement werden Ich tue mir leid Vielleicht hätte ich auch nicht so Mitte Beziehungsweise, ja, doch Mitte des Monats Ins Netzwerk gehen sollen Das war, glaub ich, ein doofer Fehler Mach mal den Kurs, bitte Das, das wird nichts mehr Bald Aber unsere Wohnung sieht doch... Oh nice Mach ein Gameplay Mach, mach ein Gameplay Schnell Hallo Doug, ich möchte dich heute Abend ganz... äh, nein, danke Das könnten wir noch schaffen Das könnten wir noch schaffen Hab ich noch Kaffee? Ja, hab ich noch Ah Kaffee Dann würde ich gern mal wissen Wie viel das kostet 2,2500 im Monat Aber wir hätten noch einen Arbeitsplatz mehr Wäre eine Idee, ne? Wäre eine Idee Damn Was macht er denn? Mach mal ein Video Das ist im Arsch mittlerweile das Spiel Ich will hierzu noch ein paar Gameplays machen Ja Ja, ja Mach mal auf Arbeitsplatz 2 Gameplay, genau Shit, Alter Ob das noch rechtzeitig rüber... Ah, doch Könnte, glaub ich, noch rechtzeitig hochkommen Ja Ich mach grad Videos, tu mir leid Ich brauch ein bisschen Auspackzeit, meine Sachen Ähm Ich hätte das früher machen sollen, glaub ich Ja, ich glaub schon Ich könnte mir auch mal die ganzen Klamotten bestellen, ne? Ja, ich glaub, das wär ne Idee Ich hab ne Nachricht YouTube Nachricht Ich hab einen Kommentar bekommen Cooles Video Dankeschön Von Tom Donix Cool Danke dir Zeige dein Ergebnis Ist okay Es ist, ja, ist okay Aber gut, Leute Dann würde ich sagen Das war's jetzt wirklich Mit dieser Folge Wir sehen uns Nachdem wir geschlafen haben Bei Das Nächste Mal wieder Dankeschön Warte mal Wir haben auch keine Ach doch, wir haben genug Videos gemacht Ich wollt grad sagen Wir haben keine Videos gemacht Haut Da rein Da rein Da rein Vielen Dank.